Arbeit. Der einzige Grund, warum andere Leute eigentlich vor 11 Uhr aufstehen. So könnte es sein, so muss es natürlich nicht sein. Das Thema in unserem heutigen Podcast ist eben auch genau das, wenn es für Leute nicht so ist wie für andere, nämlich es gibt das Thema Freiwilligkeit. Freiwilligkeit in der Führung, Freiwilligkeit in der Arbeitswelt. Wichtig hierbei bei der Freiwilligkeit, einige verwechseln das dann schnell mit dem Begriff Volunteering. Und Volunteering hat natürlich nochmal, klar, wenn man das übersetzt, bedeutet es, dass man etwas freiwillig macht. Aber viele verwechseln das eben gleich mit freiwilligen Arbeit für gemeinnützige Organisationen. Das ist hierbei nicht gemeint. Wir wollen uns hier beleuchten, was für eine Rolle spielt eigentlich die Freiwilligkeit in ihrer Unternehmung. Nehmen wir jetzt mal folgenden Fall. Einige Leute, die hier Führungspositionen haben, werden das jetzt eventuell kennen. Man hat ein Team und in dem Team erkennt man jemanden, wo man sagt, Mensch, das ist eine Person, bei der ich mir vorstellen könnte, dass dieser Mensch auch mal zukünftig andere Aufgaben vielleicht eventuell in der Hierarchie höher gestellt übernimmt. Und man denkt sich, spreche die Person doch irgendwann mal drauf an. Man spricht die Person also drauf an. Man hat dann ein Gespräch, was man sich vorstellt und das Gespräch endet. Und man geht irgendwie aus dem Gespräch und sagt sich, also ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr Begeisterung, ein bisschen mehr Einsatz für die Sache, auch ein bisschen mehr Neugier für die neue Tätigkeit. Und auf einmal fragt man sich, möchte die Person das überhaupt? Und jetzt wichtig, diese Frage ist vollkommen berechtigt. Denn sehr oft erlebt man leider, dass Leute eine Position bekommen und dann feststellen, dass diese Position gar nicht für sie geeignet ist. Und oft, wenn sie danach gefragt werden, nicht selten verlassen diese Leute eine Unternehmung. Nicht selten sagen die Leute, ja, ich wurde gefragt und ich wusste, das ist eventuell nichts für mich. Aber ich wollte jetzt eben auch nicht undankbar erscheinen. Ich wollte jetzt auch nicht Nein sagen. Ich wollte jetzt irgendwie auch nicht die Person sein, die so wirkt, als würde man nicht wertschätzen, was man mir anbietet. Da habe ich Ja gesagt. Typischer Fall hierbei. Jemand ist im Vertrieb erfolgreich und dann wird irgendwann gesagt, Mensch, wir suchen eine Vertriebsleitung. Die Person wechselt in die Vertriebsleitung und dann passieren die üblichen Dinge. Man versucht weiter zum Kunden zu fahren. Man möchte weiter Vertriebsarbeit machen. Und dieses ganze Reporting und Zahlenarbeit ist nicht so das eigene Ding. Und dann auf einmal merkt man, dass Vertriebsleitung irgendwie gar nicht so toll ist, wie man sich das vorgestellt hat. Und der Anteil von Verwaltung und Führungsarbeit drumherum gegenüber der eigentlichen Facharbeit und den Kundenprojekten dann doch plötzlich ein Verhältnis hat, wo man sagt, das gefällt mir jetzt gar nicht mehr so. Und deswegen ist wichtig, dass wir hier mal anschauen, was sind eigentlich Aspekte, woran man erkennen kann und welche Aspekte es auch von Freiwilligkeit gibt. Grundsätzlich gilt, jeder hat das Recht, eine Position anzutreten oder auch auszuschlagen. Seien Sie, und das klingt natürlich immer einfach, seien Sie nie beleidigt, wenn jemand Nein sagt. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe bei einem Projekt. Da wurde einer der besten Programmierer dazu auserwählt, Projektleitung zu übernehmen. Und er, also ein Programmierer und eine Programmiererin, da hat man gesagt, wir suchen zwei Projektleitungspersonen, zwei Projektleitungen, hätten Sie Interesse. Und die Programmiererin, die war Feuer und Flamme, stellte Fragen, war interessiert, hatte ohnehin schon früh gesagt, dass sie das vorhat. Und von daher war das relativ reibungslos. Bei dem Programmierer wiederum war es recht anders. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ich ändere jetzt hier bewusst die Orte, um natürlich auch dann entsprechend hier Anonymität zu gewährleisten. Als dann gesagt wurde, ja, es gibt jetzt hier eine Projektleitungsausbildung, unter anderem wird eine gewisse Methode Ihnen auch geschult werden. Und dazu bekommen Sie dann Seminare, das sind auch längere Seminare, dreimal fünf Tage insgesamt. Und jetzt ändere ich hier die Orte, nehmen wir also, aber ich lasse die Distanz gleich. Also Programmierer wohnt in Hamburg und das Seminar war dann in Berlin. Und es war auch dann gedacht mit Abendaktivität und Übernachtung. Und dann fragte auch der Programmierer, ob das denn sein müsste und wie lange man denn jetzt weg wäre. Und ob es nicht eine Online-Variante geben würde. Und also es stellte sich also raus, relativ viele kritische Fragen schon sehr, sehr früh. Was durchaus ungewöhnlich ist und viele hatten dann auch gesagt, das erachten Sie als undankbar oder merkwürdig. Und viele andere würden sich die Finger lecken nach der Position. Und wichtig jetzt hier mal eins, da haben wir den ersten Denkfehler in der Führung. Gehen Sie niemals von sich selbst aus. Und jetzt spreche ich hier mal und jetzt wichtig, Achtung, Meinung. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, Arbeit jetzt mehr als acht Stunden, gar nicht. Also ich mache meine Arbeit gerne, aber Freizeit ist auch okay. Und ich kann ja verstehen, wenn Leute Freizeit mögen, nur dass Leute halt quasi die Arbeit nur als die Pflichterfüllung sehen, um irgendwie einen Zahlungseingang zu generieren, der vor allen Dingen Miet- und Lebenshaltungskosten deckt. Das ist für mich persönlich, nochmal Hinweis, Meinung, das ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar. Jetzt kommt die wichtige Info. Es geht auch nicht um mich. Und es geht eben auch nicht um Sie. Transportieren Sie niemals Ihren, schon gar nicht kommen Sie mit dem Satz, Was glauben Sie, ich wäre dort, wo ich jetzt bin, wenn ich den Einsatz gezeichne, den Sie hier gerade zeigen. Das ist überhaupt nicht relevant in diesem Aspekt, kein bisschen. Denn wichtig ist erstmal, dass geschaut wird, und das ist der Aspekt Nummer eins von uns, zusammen sechs Aspekten, den wir hier beleuchten werden. Aspekt Nummer eins ist, wenn die Karriere vorangeht, ist es für jemanden etwas, was die Person überhaupt tatsächlich möchte. Die meisten Leute trauen sich nicht, Nein zu sagen. Deswegen prüfen Sie bitte sehr genau, und das merken Sie ja meistens auch vorher, bieten sich Leute aktiv vorher an. Oder müssen Sie quasi erstmal Leute rausfischen, die vorher sowieso nicht durch übermäßige Freiwilligkeit aufgefallen sind. Oder eben nur durch Freiwilligkeit in gewissen Bereichen. Aber eben nicht Bereiche, die sich damit decken, dass man jetzt zum Beispiel sagt, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, manchmal hat man erlebt, Leute machen auch am Wochenende gerne mal was im Programmierbereich, nicht unüblich, wenn Sie aber jetzt sagen, dass zum Beispiel, das haben wir selbst mal bei einem Projekt erlebt, da hat jemand gesagt, er hat viermal die Woche Training bei einem gewissen Online-Spiel, wo er in einer Liga ist, mit der er nicht unerheblich Geld verdient. Und die Person hat sehr klar gemacht, dass dieses Training auf gar keinen Fall zurückgestellt wird gegenüber der Organisation. Jetzt können Sie wieder tödlich beleidigt sein und sagen, was ist das für ein Ansatz, aber das ist auch viel wichtiger, es ist nicht Ihre Entscheidung. Zweiter Aspekt hierbei ist, dass oft gesagt wird, nun ja, Führungsarbeit macht ja auch Spaß und Weiterentwicklung macht ja auch Spaß und es erfüllt einen ja auch. Das ist richtig. Und nochmal zur Info, es ist wieder ein Argument, was alleine von uns ausgeht. Wieder einmal sagt jemand, ich empfinde das so, also werden ja wohl andere Leute es ebenso sehen. Wenn andere Leute es ebenso sehen würden, würden die sich bereits deutlich vorher melden und sagen, Mensch, ich würde gerne mal und würden zumindest irgendwas sagen. Wichtig hierbei, sie werden natürlich auch introvertierte Leute haben. Die müssen sie eventuell mal ansprechen, aber die würden dann auch tatsächlich, wenn sie vernünftige Fragen stellen, ihnen entsprechend auch die richtigen Antworten geben. Also von daher hier auch wieder dieses, es muss doch irgendwo erfüllend sein. Kann sein, dass es für sie so ist, heißt nicht, dass es für irgendjemand anderen so ist. Einige sagen zum Beispiel auch, und das ist der dritte Aspekt, man muss ja auch mal zurückgeben. Getreu dem Motto, wir haben in Weiterentwicklung investiert, dann gibt es so eine Art Renditeerwartung. Und hierbei ist schon mal eins ganz wichtig, und meistens wird sich hier bezogen auf den Bereich Fortbildung. Wenn Sie jemandem eine Fortbildung geben, dann kann das durchaus motivierend sein, es kommt aber darauf an, welche. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie eine große Steuerkanzlei haben oder eine große Rechtsanwaltskanzlei und Sie geben den Leuten rechtliche Fortbildungen, dann ist die Motivationssteigerung danach nicht übermäßig hoch. Und zwar auch völlig egal, wie teuer die Fortbildung war, aus einem ganz einfachen Grund. Die Leute werden Ihnen sagen, ohne diese Fortbildung hätte ich hier sowieso nicht mehr arbeiten können. Es war zwingend notwendig, diese Fortbildung zu haben, durch zum Beispiel Gesetzesänderungen. Also wenn Sie Fortbildungen machen, die ohnehin notwendig wären, brüsten Sie sich bitte nicht mit der großen Investition in Mitarbeitende, denn die haben Sie de facto nicht geleistet. Sie haben die Fähigkeit der Unternehmung aufrechterhalten, zukünftig am Markt auch weiterhin teilnehmen zu können. Das würden Sie aber ohnehin tun, denn Sie haben ja ein Interesse am weiterbestehenden Organisationen. Wenn Sie hingegen Fortbildungen machen, wo Leute sagen, Sie nehmen selbst was mit. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, Sie haben eventuell Konflikte innerhalb Ihrer Organisation und bei diesen Konflikten sagen Sie, ja, wir möchten jetzt mal ein Konfliktmanagement-Training haben. Da sagen sehr viele Mitarbeitende, da konnte ich viele Dinge für mich privat mitnehmen. Und obwohl das genauso für Ihre Organisation hilfreich war, haben Sie hier einen Aspekt geschaffen, wo Leute selbst etwas mitnehmen können. Also dieses, gib doch mal was zurück, wir haben in dich investiert, achten Sie bitte darauf. Es gibt halt leider kein Anrecht darauf, dass Sie das direkt zurückbekommen. Und wenn Sie so planen, dann begehen Sie einen schweren unternehmerischen Fehler. Wenn Sie halt sagen, ich gebe nur Geld für eine mitarbeitende Person, am allerbesten sagen Sie direkt, ich mache eine Fortbildung für dich, hier unterschreib mal, dass du mindestens noch so und so viele Jahre zum gleichen Tarif bleiben wirst, ohne Gehaltserhöhung. Das kann man machen. Erstmal wissen Sie ohnehin, das ist vor Gericht gerade im Hinblick auf freies Recht der Arbeitsplatzwahl justiziabel, ob man das dann tatsächlich auch durchsetzen kann. Und vor allen Dingen sagen Sie Ihren Mitarbeitenden damit ja auch ganz klar, ich misstraue dir, was deine wirkliche Motivation dieser Fortbildung ist. Wenn Sie eine Fortbildung machen und Leute verlassen danach Ihre Unternehmung, ist das glasklares Feedback, wie die Führungsqualität in Ihrer Organisation aussieht. Und das möchten sich viele eben nicht eingestehen. Es ist vor allen Dingen auch viel einfacher, wenn eine Führungsrunde sagt, Mensch, was für eine undankbare mitarbeitende Person wir hier haben, dann nimmt man sich ja vor allen Dingen erstmal selber aus der Verantwortung. Fangen Sie doch einfach bei sich an. Nächster Aspekt, Aspekt Nummer 4 von 6. Viele sagen halt auch, ja, man bekommt ja auch, wenn man dann seine Position weiterentwickelt, Verbindung zu anderen. Sie werden also neue Freunde finden, neue Kontakte finden, Sie stärken Ihre sozialen Fähigkeiten und so weiter. Das ist durchaus richtig. Es gibt nur Menschen, die haben daran übersichtliches Interesse. Und meistens, und hier ist auch wieder ganz wichtig, wir umgeben uns ja meistens mit Personen, die sind so wie wir. Also ich schaffe es durchaus, meinen Mund zu öffnen, meine Zähne auseinander zu bekommen, meine Meinung klar zu sagen. Daher ist es auch so, dass in meinem Freundeskreis die Anzahl der extrem introvertierten Personen sich eher übersichtlich hält. Nichtsdestoweniger, wenn Sie mich in einer offenen Runde finden, insbesondere bei irgendwelchen Konferenzen, ich bin Norddeutscher, wenn ich Menschen nicht kenne, bin ich nicht der, der als Erster auf sie zugeht. Also wenn Sie mich auf Konferenzen sehen, wo ich umgeben bin von Menschen, die ich nicht kenne, werden Sie selten erleben, dass ich der Erste bin, der irgendwie groß nach außen geht. Da bin ich relativ ruhig. Und wichtig, wenn Menschen halt sagen, ich möchte diese Arten der Verbindung nicht haben und unter anderem eben auch sagen, ich möchte nicht, dass die Arbeit mich nach Hause begleitet. Und das kennen Sie als Führungskraft, vielleicht haben Sie mal ein Gefühl gehabt. Sie hatten irgendeine Sache, die wollten Sie geklärt bekommen und bis Freitagnachmittag, stellen Sie fest, Sie bekommen sie nicht geklärt. Und das gesamte Wochenende über verhagelt es Ihnen im Endeffekt jeden Tag, wo Sie frei haben, weil Sie immer an diese Sache denken. Es gibt viele Menschen, die sagen, das möchte ich nicht. Die auch sagen, ich empfinde es als übergriffig von der Arbeit, wenn das von mir erwartet werden würde. Oder, und das ist eben auch, einige sagen, ich möchte es vielleicht aber nicht in dieser Organisation, weil sie eine Führungskultur haben, die ich nicht für richtig halte oder weil sie einfach auch schlichtweg zu schlecht bezahlen. Deswegen also achten Sie darauf, wenn Leute etwas freiwillig machen, ob sie es aus dem richtigen Motiv heraus machen. Denn, jetzt kommen wir direkt zum fünften Punkt, viele sagen eben auch, dieses Sozialbefüge hält sich ja auch gesund. Ja, das ist richtig. Also einige sagen, sie haben dann, wenn sie von anderen Leuten unterstützt werden in der Führungsrunde, sie haben also weniger Stress und so weiter und so weiter. Es gibt genug Menschen, gerade wenn ich sie auf Konferenzen treffe, die halt sagen, ich arbeite in einem gewissen Sektor und extrem ausgeprägt ist das in der Finanzindustrie, wo es mir erzählt wird. Da sagen die Leute sehr klar, mir ist bewusst, dass ich hier ein Netzwerk habe, was mir auch geholfen hat. Aber ich weiß eben auch genauso, wenn ich zwei, drei Jahre meine Ziele hier nicht erreiche, kennt mich von denen keiner mehr. Und das sind Dinge, die Leute sehr schnell merken. Und insbesondere jetzt beim Generationenübergang werden immer mehr Leute sagen, das möchte ich vielleicht gar nicht, das brauche ich auch einfach nicht. Und deswegen der Kernpunkt ist, wenn sie jetzt, und jetzt kommen wir zum letzten, zum sechsten Aspekt, wenn sie etwas haben im Bereich der Freiwilligkeit, wenn sie jemanden auswählen, die Leute merken sofort, ob es bei ihnen im Auswahlprozess entweder nach Qualifikation ging. Also Leute können tatsächlich die Aufgabe machen. Und Qualifikation, da meine ich nicht ein Stück Papier, was Leute erwirtschaftet haben oder sich geleistet haben oder einen Kurs abgelegt haben. Das ist nicht schlecht, keine Frage. Nur wenn die Ergebnisse, die von der Person gebracht werden, überhaupt nicht im Einklang stehen mit dem, was auf dem Papier vorhanden ist und nichtsdestoweniger Beförderungen irgendwo gemacht werden, dann wissen ganz viele, in dem Netzwerk möchte ich nicht unterwegs sein. Deswegen gucken Sie bitte immer, haben Sie einen Personalselektionsausfordernd, Weiterbildungsprozess, der wirklich auch geeignet ist, oder haben Sie im Endeffekt ein Netzwerk? So eine Art Insider-Gruppe, die einfach sich gegenseitig irgendwo hinbringt und zwar größtenteils jenseits von jeglicher Eigenschaft, sondern eher, wer kennt denn da jemanden, der einen kennt, der einen kennt. Und das ist leider innerhalb von vielen Organisationen sehr ausgeprägt und meistens sind es Kreise, die sind sich relativ ähnlich. Deswegen werden Sie ganz gewisse Gruppen öfter treffen auf Führungsebenen als andere Gruppen, die Sie auf Führungsebenen sehen. Und jetzt wissen Sie vielleicht bereits, worauf ich anspiele. Völlig offensichtlich ist, dass das nicht zum Guten der Qualität ist. Das heißt also nicht zum Vorteil der Qualität, die Sie am Ende dann in Ihrem Produkt und eben auch für den Kunden am Ende erzeugen. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg, dass Sie da gute Prozesse implementieren. Jederzeit können Sie mich auch entsprechend natürlich kontaktieren. Ich freue mich hier auf den Austausch und in diesem Sinne viel Erfolg bei der Einführung und für heute erstmal vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.